Willkommen zum heutigen Webinar mit dem Thema digitale Rechnungsverarbeitung mit M365 in Einrichtungen und Organisationen. Bevor wir jetzt mit dem Webinar loslegen, möchte ich mich noch einmal kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Franziska Hansmeier. Ich bin Sales Development Representative im Team Health & Care. Ich bin erste Ansprechpartnerin für potenzielle Kunden, die sich für eine Digitalisierungslösung in der eigenen Organisation interessieren. Zunächst haben Sie es schon wahrscheinlich gemerkt. Sie sind alle stumm geschaltet. Falls Sie jedoch Fragen, Anregungen, Feedback oder Ähnliches haben, dann können Sie jederzeit das Chatfenster nutzen und uns gerne so viele Fragen stellen, wie Sie möchten. Im Nachhinein bzw. nach dem Webinar werden wir dann einfach noch mal auf Ihre Fragen eingehen. Und ja, des Weiteren werden Sie auch die Präsentation sowie die Aufzeichnung noch mal im Nachgang per E-Mail zugeschickt bekommen. Dann möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen zu der DEVELOP AG geben. Und zwar existiert die DEVELOP seit mehr als 30 Jahren. Inzwischen beschäftigen wir über 1000 Mitarbeitende und tatsächlich haben wir unsere Digitalisierungslösung bei über 13.000 Kunden schon implementiert. An unserer Seite befinden uns über 400 Partner und an meiner Seite sind heute meine beiden Kollegen. Und zwar sind das Marc Heinrichsmeier und Tim Bramann. Ich freue mich, dass die beiden heute dabei sind und Ihnen einen Einblick in die Eingangsrechnungsverarbeitung mit M365 geben. Und vor allen Dingen bin ich auf die Live-Präsentation sehr gespannt. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich wünsche euch und Ihnen ganz viel Spaß beim Webinar. Ja, vielen Dank, Franzi. Ja, vielen Dank, Franzi, für die Einleitung. Ja, Tim und mich kennen die einen oder anderen vielleicht schon aus den vergangenen Webinaren. Mein Name ist Marc Heinrichsmeier, habe langjährige IT-Projekt-Erfahrung. Mein Fokus liegt auf der Kollaboration auf Basis von Microsoft 365. Bin Ostwestfaler, also Paderborner, sitze auch in der Niederlassung in Paderborn. Dort hat auch die DEVELOP eine Niederlassung eröffnet. Bin Begeisterer, Kundenbegeisterer, Radler, Ehrenamtler und Familienvater. Tim, vielleicht auch eingangs ein paar Worte von dir. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Marc, für deine Vorstellung. Ja, ich würde mich auch gerne einmal vorstellen. Mein Name ist Tim Bramann. Ich bin bei der DEVELOP der Teamleiter für das Team Sozialwesen. Unser Team betreut bundesweit alle kirchlichen Einrichtungen, Sozialverbände, Pflegeeinrichtungen, Vereine, Stiftungen. Und wie Marc eben schon sagte, einige von Ihnen konnten wir eben halt auch schon bereits persönlich kennenlernen. Und Sie kennen uns auch. Und wir sind eben halt bundesweit für Sie zuständig und kommen auch gerne bei Ihnen vorbei. Genau, zu meiner Person, ja, ich darf seit elf Jahren schon digitale Prozesse im Sozialwesen durchführen, auch mit DEVELOP-Dokuments schon. Und ja, bin so das Nordlicht bei DEVELOP, bin oben in Hamburg angesiedelt und ja, bin regelmäßiger Läufer, Blutspender. Und ja, freue mich auch, dass ich hier wieder die Möglichkeit habe, Ihnen auch die Rechnungseingangsverarbeitung näher zu bringen. Bevor wir aber mit diesem Thema starten, möchte ich Ihnen gerne nochmal zwei Folien zeigen, die wahrscheinlich auch schon bekannt sind. Meine Lieblingsfolien. Aber, dass Sie sich auch darauf konzentrieren können, würde ich einmal auch meine Kamera dafür ausmachen, dass wir uns fokussieren auf die Präsentation. Genau. Einige kennen die Folien eben halt schon. Hier sehen wir die zwei Welten. Einmal die M365-Welt mit den Vor- und Nachteilen und die Dokumentenmanagement-Welt mit den Vor- und Nachteilen. Unser Lösungsansatz ist, aus beiden Welten die Vorteile zu nutzen. So ist unsere Lösung DEVELOP-Dokuments für M365 entstanden. Und was passiert, wenn man diese beiden Welten verschmelzt und die Vorzüge eben halt nutzt? Sie erhalten eben halt die optimale Lösung im Dokumentenmanagement-Bereich. Das heißt, Sie haben eine wunderbare Zusammenarbeit. Sie können die Vorteile und die Funktionen von M365 nutzen. Aber eben halt auch die Dokumentenverwaltung eben halt vom klassischen Dokumentenmanagement-System. Das heißt, das Suchen und Finden ist eben halt viel, viel, viel einfacher in dieser Struktur, also in dieser Dokumentenmanagement-Struktur, als eben halt in der, ich sage mal, im SharePoint zu suchen. Jeder von Ihnen, der schon mal mit SharePoint gesucht hat und Dokumente da finden wollte. Und wenn Sie länger damit gearbeitet haben, dann sagen Sie, ja, ist gut, aber nicht optimal. Und da kommen wir eben halt als DEVELOP ins Spiel, weil das können wir und können eben halt super diese Strukturen eben halt liefern. Aber eben halt auch die Intrigation in die Geschäftsanwendungen verbinden wir eben halt mit den zwei Welten. Wir sind eben halt da, wo Sie sich eben halt uns brauchen. Das heißt, in Teams, in Outlook, da können Sie eben halt auch die ganzen Informationen eben halt abrufen. Und wie die Ausgangssituation und die Trends der Rechnungsverarbeitung aussieht, das gucken wir uns eben halt einmal gemeinsam an, die Ausgangssituation ist bei Ihnen allen sehr ähnlich. Eine Rechnung kommt in Papierform oder per E-Mail bei Ihnen an. Danach erfolgt die Bearbeitung der Rechnung. Wohin muss die Rechnung eigentlich? Das ist natürlich auch immer, wenn man das manuell macht, ein riesengroßer Zeitaufwand. Bleibt die Rechnung im Haus oder muss die Rechnung in eine andere Einrichtung? Im Anschluss erfolgt die Verteilung in die jeweilige Fachabteilung. Folgt auch ganz unterschiedlich. Entweder haben Sie da auch die Hauspost oder Sie machen das über die Post. Oder Sie verteilen eben halt die Rechnung intern, manuell in die einzelnen Fachabteilungen. Und wiederum findet dann in den Fachabteilungen wieder eine Bearbeitung statt. Was ist das für eine Rechnung? Ist die Rechnung richtig? Fehlen vielleicht Dokumente? Und schlussendlich wird die Rechnung irgendwann mal bezahlt von der Finanzbuchhaltung und das Dokument wird abgelegt in einen Aktenordner und muss eben halt zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Und dieser Prozess, den wir uns eben gerade angeguckt haben, der kostet quasi in Papierform sehr, sehr viel Geld. Unsere tollen Zahlen, Auswertungen und wenn man Statistiken und Forschungsergebnisse da eben halt nach sich zieht, dann kommen wir eben halt auf Kosten von zehn bis zwölf Euro, was so ein Prozess in Papierrechnung eben halt kostet. Und nicht nur das, sondern es dauert eben halt auch sehr, sehr, sehr lange, bis so eine Rechnung kontrolliert und freigegeben ist, schlussendlich eben halt auch bezahlt. Damals ein kleiner Fall. Ich hatte mal einen Kundenfall. Da hat eine Rechnung 28 Tage im Durchschnitt gebraucht, um überhaupt bezahlt zu werden, weil die Rechnung in ganz unterschiedlichen Einrichtungen dann zur Kontrolle geschickt werden musste und eben halt ganz viele Papierrechnungen wurden auch aufgrund dieser Hin- und Hergeschicke eben halt auch verloren. Und daher eben halt auch die Statistik 0,5 Prozent aller Rechnungen gehen verloren. Das darf man eben halt auch nicht vergessen. Das ist natürlich je nachdem, wie viele Rechnungen Sie erhalten, ist das natürlich auch ein großer Prozentsatz. Und spannend ist eben halt auch die Zahlen, dass bis zu fünf Mitarbeiter in der Regel in so einer Rechnungsverarbeitung involviert ist. Also auch da wieder Zeit und der Kostenfaktor. Und ja, auch keine Seltenheit ist eben halt, dass irgendwas auch fehlt von den Rechnungen. Entweder fehlt die Bestellung, der Lieferschein, die Rechnung. Auch das kostet für Sie eben halt, für Sie, Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, kostet das eben halt auch wieder zu sich der Aufwand, Zeit und Kosten. Und was natürlich sehr erfreulich ist, wenn wir uns die Trends angucken. Hier haben wir die Trends beziehungsweise eine Auswertung von 2016 bis 2021. Und aus unserer Sicht, also aus unserer Develop-Sicht, natürlich ein sehr erfreuliches Ergebnis. Im Jahr 2021 gab es erst mal mehr digitale Rechnungen als Papierrechnungen. Das freut uns natürlich auch sehr, weil das unterstreicht natürlich auch unsere Arbeit, dass wir natürlich auch mit unseren Lösungen, die wir Ihnen eben halt anbieten, auch auf dem richtigen Weg sind und eben halt mehr in die Digitalisierung führen. Aber nichtsdestotrotz sind eben halt noch, ja, 19 Prozent komplett papierbasiert eben halt unterwegs. Und da stellt sich natürlich auch mal die Frage, soll ich eben halt eine Rechnung ausdrucken oder digitalisiert eben halt verarbeitet werden? Was ist der effiziente Prozess? Auch sowas muss man eben halt gucken, dass wir das eben halt auch alles wieder elektronisch bereitstellen. Und wie wir alle gemerkt haben, in den letzten Jahren, wenn man die letzten drei Jahre eben halt anguckt, wird das eben halt viel, viel interessanter, was eben halt mit der digitalen Rechnungsverarbeitung passiert ist. Und wie hoch wir auch eben halt auch Kosten, also Mitarbeiterkosten, Papierkosten eben halt dadurch eben halt einsparen können. Und wie eben halt so eine Rechnungsverarbeitung eben halt genauer aussieht, wie so ein Prozess aussehen könnte, das würde Ihnen eben halt mein Kollege, der Marc, einmal zeigen. Ja, vielen Dank auch an dich, Tim. Dann steige ich mal ein und wir kommen zur Lösung der DEVELOP, nämlich die Lösung für die digitale Eingangsrechnungsverarbeitung in Verbindung mit Microsoft 365. Und zum Beginn etwas Grundsätzliches zu den DEVELOP-Lösungen. Microsoft 365 mit SharePoint Online und Teams bringt bereits im Standard viele Funktionalitäten mit. Diese erfinden wir an dieser Stelle nicht neu, sondern nutzen diese. Ganz einfach. Beispiel in Form der Versionierung, der Formulare, der Volltextsuche und dem kollaborativen Ansatz. Genau hier setzen wir an. Wir haben im Laufe der Jahre Funktionalitäten für unsere Fachanwendungen entwickelt, die Microsoft so nicht im Standard mitbringt. Diese nutzen wir unter anderem in unseren Lösungen, beispielsweise im Bereich der Aktenpläne, der Metadatenerkennung, im Schnittstellenbereich zum ERP-System oder auch beim Scannen und Klassifizieren. Das Ganze bilden wir nach oben hin ab zu einer vollwertigen ECM-Lösung. Am Top sehen Sie einen Auszug dieser Lösung. Und wer die letzten Minuten bis hierhin gefolgt ist, der weiß, dass es heute um das Thema der Eingangsrechnungsverarbeitung geht. Gehen wir nun gerne konkreter auf DEVELOP-Invoices von Microsoft 365 ein, sprich auf die Lösung der Eingangsrechnungsverarbeitung im Zusammenspiel mit M365. So sieht der grobe Prozessablauf aus, den Sie aus der Anwenderperspektive haben. Erster Schritt, der Import- oder Rechnungseingang. Der Rechnungseingang kann über unterschiedliche Wege erfolgen. Es gibt unterschiedliche Formate. Zum einen die uns allen bekannten Papierbelege, PDF- und Bilddateien und elektronische Rechnungsformate wie zum Beispiel XML oder Zugfährt. Diese Formate können über unterschiedliche Möglichkeiten in den Prozess gegeben werden. Über lokale Scanner oder Netzwerkscanner. Über den manuellen Dateiimport per Drag & Drop in die Software leiten. Oder über Eingangspostfächer, wodurch Rechnung automatisch in den Prozess gelang. Und über eine Importschnittstelle, die API, wodurch die Rechnung ebenfalls automatisiert in den Prozess weitergeleitet werden. Der nächste Schritt ist das Qualifizieren. Es erfolgt die Extraktion der Daten. Wir lesen die Rechnung aus und verarbeiten die Daten. Das Ganze passiert im Hintergrund, ohne dass Sie hier tätig werden müssen. Diese Daten gehen dann in den Prüf- und Freigabeprozess. Der Standard-Workflow sieht wie folgt aus, beziehungsweise hat folgende Schritte. Wir haben das gerade betrachtet. Wir haben den Rechnungseingang. Und aus diesem gehen die Daten weiter an den Schritt der Verteilung. Klassischerweise findet diese in der Buchhaltung oder in einer zentralen Posteingangsstelle statt. Die Rechnung wird in einen zuständigen Prüfer zur sachlichen Kontrolle weitergeleitet. Hier wird die Rechnung dann auf sachliche Korrektheit überprüft. Das heißt, passt die Rechnung zu dem, was ich bestellt habe? Zu der Leistung, die eventuell erbracht worden ist. Sofern das stimmt, kann die Rechnung weitergegeben werden an die Freigabe. Kurzer Hinweis. Hier sind natürlich auch mehrere Freigabestufen möglich. Freigabe bedeutet meist, dass aus einer bestimmten Beitragsgrenze, Betragsgrenze, Rechnung zum Abteilungsleiter oder Geschäftsführer weitergeleitet werden. Sofern diese gesetzten Grenzen nicht erreicht werden, kann die Rechnung auch direkt in den Part der Buchhaltung geleitet werden. Final wird die Rechnung lediglich noch gebucht und der Workflow würde abgeschlossen, so wie eine Übergabe an ein eventuelles ERP und Archiv stattfinden. Ja, Rechnungen erreichen die Unternehmen heute auf den unterschiedlichsten Wegen. Wir haben das eben schon in der Präsentation erwähnt. Rechnungen kommen teilweise nach per Post, sprich in Papier, wie ihr seht, da Form rein. Mittlerweile bei vielen Unternehmen zum Großteil, aber auch schon per Mail. Die E-Mail-Rechnungen werden in der Regel direkt, durch die Lieferanten an ein zentrales E-Mail-Postfach gesendet. Und dort, wo noch papierbasierte Rechnungen per Post eingehen, laufen diese in der Regel per Scan über einen Etagen-Scanner, beispielsweise direkt in ein solches zentrales E-Mail-Postfach. Um diesen vorgelagerten Schritt zu simulieren, haben wir im Vorfeld bereits eine beispielhafte Rechnung von ABC-Post zum Demo-Zweck an unsere Inbound-Strecke versendet. Und im Hintergrund ist nun Folgendes passiert. In einem initialen Workflow-Schritt wurde meine Rechnung nun im Belegeingang durch unseren Rechnungsleser KI-basiert und vollautomatisiert erkannt und relevante Daten wurden entsprechend ausgelesen. Und hier wollen wir nun einmal direkt einsteigen. Ich befinde mich nun an meinem Einstiegspunkt, in diesem Fall im SharePoint auf meinem Dashboard. Das muss aber nicht immer zwangsläufig der SharePoint sein, über den ich den Einstieg in meine Aufgaben finde. Dieser Einstiegspunkt kann innerhalb meiner Microsoft 365-Welt auch durchaus Teams oder Outlook sein, denn ich bekomme täglich ebenso eine Zusammenfassung meiner Aufgaben, auch per E-Mail und kann hier ganz einfach per Link direkt in meine Aufgabenliste springen. Hier im SharePoint klicke ich nun in meine zentrale Aufgabenansicht und das Ganze natürlich per Single Sign-On, ohne dass ich mich noch separat irgendwo anmelden muss. Lassen Sie mich kurz ein paar Worte über den generellen Aufbau verlieren. Auf der linken Seite habe ich verschiedene Filterfunktionen. Hier kann ich wählen, aus welcher Perspektive ich mir das Ganze anschauen möchte. Das Ganze selbstverständlich rechtegesteuert. Ich sehe nur das, was ich auch sehen darf. Des Weiteren kann ich hier nach dem Workflow Schritt filtern oder auch nach dem Kreditor. Ein wichtiger Punkt, den ich vorab gerne kurz noch anmerken möchte, ist, dass die gezeigten Prozessschritte, also die Verteilung, die sachliche Prüfung, die Freigabe und auch später die Übergabe an die Buchhaltung, während der Demo von mir in Personalunion als Emil Weber ausgeführt werden. In der Regel werden die einzelnen Schritte selten durch eine Person ausgeführt. In der Realität werden diese Schritte von unterschiedlichen Personen in den unterschiedlichen Rollen durchgeführt. Beispielsweise durch den Fachbereich, durch FreigeberInnen oder die Buchhaltung. Es sei denn, sie ist in übergreifender Funktion unterwegs. Im Kopfbereich finden Sie das Microsoft 365 übliche Suchfeld, wo Sie mit Freitext die vorhandene Liste noch weiter einfiltern können. Und selbstverständlich können Sie die Spalten nach Ihrem persönlichen Empfinden verschieben oder auch beliebig ein- oder ausblenden. Über das Microsoft-typische Benutzer-Icon oben rechts in der Ecke können Sie auch Ihre Abwesenheit verwalten, falls Sie sich im Urlaub befinden. Sollte Sie sich in einer übergeordneten Rolle in prozessverantwortlicher Funktion befinden, können Sie die Abwesenheit ebenfalls für Kollegen einrichten, sollten diese einmal ungeplant abwesend sein. So, ich habe hier bereits eine Aufgabe in der Verteilung, wo ich jetzt gerne auch direkt einsteigen möchte. An dieser Stelle befinde ich mich nun in der Develop Invoices-Maske und im oberen Bereich habe ich meine Funktionsleiste. Speichern, Weiter, Ablehnen, Bestelldaten abrufen oder Clearing. In der Mitte, sehr transparent aufgebaut, meine Belegdaten oder auch Kopfdaten mit allgemeinen Informationen zum Kreditor und zur Rechnung und wie angesprochen, wurden diese bereits im Hintergrund automatisiert vom System befüllt. Im unteren Bereich befindet sich die Positionstabelle mit detaillierten Informationen zur faktorierten Ware oder auch faktorierten Dienstleistungen. Auch hier bereits angereichert mit den Daten aus meiner Rechnung. Und auf der rechten Seite finde ich die Beleganzeige mit dem originalen Rechnungsbeleg. Selbstverständlich kann man hier auch direkt in meine Belegeablage springen, um sich detaillierte Informationen zur Rechnung oder dazugehörige Dokumente, wie beispielsweise bei einer Telefonrechnung, die Einzelverbindungsnachweise anzeigen zu lassen. Diese Art der zugehörigen Dokumente lassen sich simpel per Drag & Drop in die Rechnungsakte ziehen. In unserem System kommt ebenfalls ein sogenannter Autotrainer zum Einsatz, der meine Korrekturen wahrnimmt, einlernt und mir diese beim nächsten Mal direkt korrigiert anzeigt. Zudem gibt es eine automatisierte Dublettenprüfung. Das bedeutet, das System warnt mich, wenn eine Rechnung zweimal ins System eingegeben wird, sodass es nicht zur Doppelbuchung kommt. Und ebenfalls bieten wir an dieser Stelle eine Umsatzsteuervorprüfung an. Das bedeutet, das System prüft, ob es sich um eine formal korrekte Rechnung handelt. Zwei Dinge möchte ich an dieser Stelle gerne noch ansprechen beziehungsweise visuell aufzeigen. Wenn ich beispielsweise monatlich wiederkehrende Rechnungen wie eine Software-Miete oder eine ähnliche Pauschale habe, kann ich mir über den Punkt Vorlagen eine entsprechende Vorlage für diese immer gleichbleibenden Vorgänge erstellen. Beurteil hier, ich kann diese Vorgänge für mich noch einmal deutlich verschlanken und Positionsdaten müssen somit nicht immer wieder neu befüllt werden. Ich klicke jetzt aber in diesem Fall auf Abbrechen. Ein weiteres Feature, welches ich Ihnen auch gerne zeigen möchte, sind die Tastenkürzel, die Ihnen die Bedienung des Systems noch einmal deutlich erleichtern sollen. Pflichtfelder gibt es auch. Pflichtfelder sind übrigens oben rechts in der Zeile immer mit einem orangenen Dreieck kennzeichnet. In diesem Prozessschritt wähle ich jetzt noch den Steuersatz aus. Den sachlichen Prüfer, in diesem Fall Emil Weber. Und übergebe das Ganze hier oben über den Button weiter an die sachliche Prüfung. Damit ist der Prozessschritt der Verteilung abgeschlossen. Meine Rechnung befindet sich nun im Prozess der sachlichen Prüfung. Dort klicke ich ebenfalls rein. Und hier finden wir nun ein ähnliches Anordnungsbild. Was nun hier in der Aufgabe der sachlichen Prüfung zu erledigen ist, ist im Normalfall, dass die Rechnung dahingehend kontrolliert werden muss, ob das, was auf der Rechnung steht, auch tatsächlich so bestellt wurde. Man sieht hier wieder, dass ich diesen Vorgang noch nicht final abschließen kann, da ich meine Position sachlich noch nicht geprüft habe. Das Feld weiter ist ausgegraut. Diese Position prüfe ich nun und markiere sie als sachlich richtig, indem ich einen entsprechenden Haken setze. Und kann die sachliche Prüfung abschließen und die Übergabe zur Freigabe einleiten. Dann wechsle ich nochmal die Aufgabenliste und die erscheint mir die Rechnung nun auch in der Freigabe. In diesem Prozessschritt hat man nicht mehr so viel zu tun. Kurz möchte ich an dieser Stelle noch auf die Historie und Kommentare eingehen. Jedem einzelnen Workflow-Schritt kann ich immer auch noch die Historie ansehen oder selbst Kommentare hinzufügen. Diese sind, wenn ich sie einmal hinterlegt habe, unveränderlich. Zudem habe ich in den einzelnen Prozessschritten immer die Möglichkeit, den Workflow-Button, den Workflow über den Button ablehnen, auch entsprechend abzubrechen. Nun übergebe ich das Ganze in die Buchhaltung. Hab dort reingeklickt. Ich könnte jetzt noch einen Buchungstext mit hinzugeben und habe dann meinen letzten Workflow-Schritt quasi abgeschlossen. Wenn ich jetzt ein führendes ERP-System, also ein Drittsystem, angebunden hätte, könnte ich selbstverständlich auch direkt an das führende ERP-System zu Buchung übergeben. Dann würde zum Beispiel hier oben in der Funktionsleiste ein weiterer Button stehen, der zum Beispiel Übergabe an XY ERP-System heißen würde. Ja, Microsoft 365 dient der Kollaboration und somit werfen wir gemeinsam einen kurzen Einblick in die Teams-Anbindung. Über den Kanal der Buchhaltung zeige ich Ihnen hier nochmal den Schritt der erweiterten Suche. In unserem Fall suchen wir die Rechnung mit der Endnummer 5432 einmal raus. Das war die Rechnung, die uns eben schon begleitet hat. Da ist sie schon. Über den Center-Button habe ich die Möglichkeit, direkt in meine Dokumentenablage zu springen. Neben dem Einblick in alle in Verbindung mit der Rechnung stehenden Informationen kann ich mir hier auch das unveränderbare Workflow-Protokoll ansehen. Nur ein Beispiel, was man hier alles machen kann. Hier müsste man es sehen. Dort ist das Workflow-Protokoll. So, und das soll es eigentlich erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es war ein interessanter erster Einblick, den wir Ihnen mit an die Hand gegeben haben. Und von meiner Seite wäre es das im Live-Teil der Demo und übergebe zurück in die Präsentation. Sicherlich haben Sie schon Vorteile für sich entdeckt und jetzt auch genug Live-Einblick gehabt. Aber bevor mein Kollege jetzt gleich auf diese Vorteile kurz genauer eingeht, möchte ich gerne noch etwas erwähnen und damit den Kern des Zusammenspiels mit Develop und Microsoft 365 herausstellen. M365 stößt irgendwann an seine Grenzen. Develop hat sich die Standard-Funktionalitäten von Microsoft 365 zunutze gemacht und unsere Fachanwendung um wichtige und nützliche Features entlang des Rechnungs-Workflows erweitert. Wie zum Beispiel die automatisierte Trennung von E-Mail und Rechnung. Die OCR-Volltext-Analyse von PDF-Dokumenten. Den Drei-Wege-Abgleich. Die Möglichkeit der Vertreterregelung. Das Leistungsdatum zu implementieren und die automatisierte Verbuchung im führenden System. Die Thematik der Schnittstellenanbindung ist Ihnen sicherlich zwischendurch schon als Frage aufgekommen. Welche Schnittstellen können bedient werden? Wie ein Ausschnitt der vorhandenen fertigen Schnittstellen? Sicherlich finden Sie sich hier wieder. Sofern nicht, sprechen Sie uns einfach an. Wie gesagt, es ist ein Auszug und es gibt immer Möglichkeiten. Tim, an dieser Stelle übergebe ich den Ball gerne wieder an dich zurück. Super, vielen Dank, Marc. Ja, dann lassen wir uns doch mal gemeinsam ein paar Vorteile angucken, wie die Rechnungseingangsverarbeitung, was sie mit sich bringt, wenn Sie das eben halt mit der Unterlösung in M365 eben halt lösen. Und ja, im Prinzip wir haben zwar mehrere Aufgliederungen, aber Marc, magst du einmal kurz weitermachen? Ja, Folie, genau. Eigentlich reicht der erste Part. Mehr müssen wir eigentlich gar nicht sagen. Wenn Sie die Rechnungseingangsverarbeitung mit M365 mit uns eben halt durchführen, haben wir auf jeden Fall ein sehr starkes Argument. Wir schonen damit eben halt die Umwelt. Es wird eben halt kein Papier mehr erzeugt. Wir müssen eben halt keine unnötigen Transportwege eben halt durchführen. Es muss irgendwie nichts eingescannt werden. Sie können eben halt die Hardware eben halt entlasten. Und energiesparend ist es eben halt auch alles das, was wir digital durchführen, haben wir auf jeden Fall den Umweltaspekt mit im Hintergrund. Aber wir haben auch eben halt noch weitere schöne Argumente dafür. Wir optimieren natürlich Ihre Geschäftsabläufe. Das heißt, so eine Rechnung braucht eben halt keine 14 Tage mehr, um die irgendwie zu prüfen, zu bearbeiten und dann eben halt schlussendlich zu bezahlen, sondern da sind wir extrem effizient unterwegs. Da kann das eben halt so eine Rechnung innerhalb von einem Tag durch alle Prozesse eben halt beziehungsweise durch alle Abteilungen eben halt laufen. Im Schnitt sind wir auch so mit drei Tagen unterwegs, wenn man dann Statistiken noch mal dazu nehmen würde. Ja, und im Prinzip haben wir dann eben halt auch eine sehr, sehr hohe Kosteneinsparung. Wir hatten vorhin die Zahlen 10 bis 12 Euro. Das haben Sie eben halt mit der digitalen Variante definitiv nicht. Da liegen wir deutlich, deutlich drunter. Genau, schnelle Bearbeitung der Rechnung. Das hatte ich eben halt auch schon mit den zusammengepackt, mit den Optimierung der Prozessabläufe. Auch das ein sehr, sehr starkes Argument und eben halt, was auch sehr, sehr wichtig ist und hier fast bei 50 Prozent mit 43,8 Prozent eben halt die Reduzierung der Fehler oder eben halt auch nicht mehr, dass Rechnungen verloren gehen können, sondern dass die Finanzbuchhaltung auch einen sehr transparenten Überblick der Rechnungen eben halt haben. Wo sind die eigentlich und müsste ich vielleicht auch in den einen oder anderen Prozess eingreifen, weil Achtung, da ist irgendwo auch eine schnelle Bezahlung auch notwendig, weil zum Beispiel, das ist der letzte Punkt, eben halt Skonti, also der Skonto eben halt auch gezogen werden muss. Also da Transparenz liefern wir, um eben halt auch möglichst, auch wenn es muss, eben halt in den Workflow einzugreifen. Also von daher, wir haben ganz, ganz, ganz viele Argumente dafür, für die digitale Rechnungsverarbeitung. Genau, du kannst gerne weitermachen schon, auf die Fragen. Perfekt, vielen lieben Dank, Marc und Tim, für die Präsentation. Während der Präsentation sind tatsächlich ein paar Fragen eingetrudelt. Ich starte einfach mal direkt mit der ersten Frage und zwar lautet diese, wo werden die Daten gespeichert? Tim, ich würde machen, wenn das okay ist. Wollte ich gerade sagen, also das ist dein Part. Ich unterbreche dich gerade an der Stelle dann einfach. Wo werden die Daten gespeichert? Alle Informationen und Dokumente verbleiben im Microsoft 365-Tenent des Kunden. Die Konfiguration der Struktur des Aktenplans liegt in der Konfigurationsdatenbank von Develop und Develop vor Microsoft 365 ist eine SaaS-Anwendung, die in Microsoft Azure betrieben wird. SharePoint-Informationen, die für den Aufbau der Strukturen relevant sind, werden aus dem Kunden-Tenent lediglich ausgelesen. Das sollte die Frage eigentlich beantwortet haben. Sehr schön, vielen lieben Dank. Die zweite Frage, die reingekommen ist, ist, gibt es weitere Schnittstellen beziehungsweise wie binden Sie die führenden Systeme ein, die nicht Standard sind? Wir bleiben bei mir, wir gehen nicht in den Wechsel zu Tim. Schnittstellenthematik, die Frage kam sicherlich vor meiner Folie, die ich eben gezeigt habe. Schnittstellenthematik, natürlich haben wir im Standard viele Schnittstellen schon auf dem Markt, das ergibt sich aus der Folie, die Präsentation bekommen Sie im Nachgang ja auch zugeschickt. Ansonsten schauen Sie sich aber nicht, sprechen Sie uns an. Alles ist möglich, um auch Ihr führendes System entsprechend einzubinden. Und die letzte Frage, ist Ihr System revisionssicher? Die Frage nehme ich gerne auf, weil das auch eine meiner Lieblingsfragen ist. Weil die Frage kriegen wir natürlich auch gerade in dem Kontext, dass wir hier in der SAS-Umgebung sind, also mit M365 unterwegs sind, kriegen wir das sehr, also eigentlich bei jedem Termin kriegen wir das gefragt, wie macht Ihr das System eben halt revisionssicher? Also ja, wir haben auf jeden Fall eine Revisionssicherheit. unser System, unsere Software gibt eben halt alle Voraussetzungen eben halt mit, auch eben halt im Blick auf die Sharepoint-Umgebung. Wir setzen den Sharepoint, also was mag eben sein, den Tenant dementsprechend auf, dass das revisionssicher ist, aber wir bringen eben halt nur die Voraussetzungen mit. Weil ganz, ganz wichtig und das vergessen eben allermeisten Kunden eben halt, wir brauchen noch eine Verfahrensdokumentation. Also den Prozess zu beschreiben, was passiert da eigentlich? Weil das ist sehr, sehr wichtig für den Wirtschaftsprüfer. Auch da können wir beratend zur Seite stehen beziehungsweise arbeiten da mit einem Partner zusammen, der nichts anderes macht als Verfahrensdokumentationen zu schreiben. Da können wir Sie ja auch gerne unterstützen. Perfekt. Vielen lieben Dank. Ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt schon am Ende angelangt. Trotzdem möchte ich nochmal auf die nächste, auf das nächste Webinar eingehen. Und zwar geht ja unsere M365er Webinar-Reihe noch weiter. Und zwar am 20.04. beschäftigen wir uns mit dem Thema Vertragsmanagement. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie wieder teilnehmen. Und des Weiteren möchte ich nochmal auf unser Event im September aufmerksam machen. Und zwar unsere Health and Care Days am 5. und 6. September in Kassel. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Wie im letzten Jahr öffnen wir wieder unsere Türen für unsere Kunden, aber auch für unsere Interessenten. Und es warten wieder viele spannende Vorträge auf Sie und eine superschöne Abendveranstaltung, wo man auch einfach nochmal persönlich in den Austausch kommen kann. Und auch da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir Sie da persönlich in Kassel begrüßen dürften. Genau. Sehr schön, ihr beiden. Das war's von unserer Seite. Vielen lieben Dank. Es hat mir große Freude bereitet. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, dann melden Sie sich jederzeit gerne bei einem von uns dreien. Wir stehen Ihnen da bei jeder Frage zur Verfügung. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns im April wieder und wünsche Ihnen jetzt nochmal einen schönen Nachmittag. Ja, da können wir uns auch nur anschließen. Vielen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörer. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen, kurz und knapp halten. Schönen Tag weiterhin. Tschüss. Tschüss.